Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videoteil aus meiner Videoreihe zur bilanziellen Abschreibung. In diesem Video wird es diesmal um das spannende Thema geringwertige Wirtschaftsgüter gehen. Doch bevor wir loslegen und weil ich weiß, dass viele von euch hier ein bisschen Probleme beim Verständnis haben, weise ich euch nochmal darauf hin, dass es eigentlich wichtig ist, dass ihr alle Videoteile vorher geschaut habt. Wie gesagt, sonst wird es euch ein bisschen schwerfallen, die logischen Zusammenhänge in diesem Video nachvollziehen zu können. Aber wie ich eben bereits gesagt habe, das Thema geringwertige Wirtschaftsgüter ist eigentlich wirklich spannend, auch wenn viele das eigentlich als trocken empfinden. Aber glaubt mir mal, wenn ihr es verstanden habt, dann werdet auch ihr erkennen, dass es sich eigentlich um ein sehr spannendes Thema handelt. Wie ihr das aus meinen Videos kennt, mache ich euch das jetzt mal an einem praktischen Beispiel deutlich. Dazu nehmen wir einmal an, ein Unternehmen kauft einen Kopierer und der Anschaffungswert beträgt 6000 Euro. Dann kaufen wir einen Drucker mit einem Anschaffungswert von 500 Euro, einen Bürostuhl, der kostet 400 Euro, eine Locher, der kostet dann 4 Euro und wir kaufen Kopierpapier und das kostet auch 4 Euro pro Stück. Achtet wie immer darauf, dass es sich bei den genannten Werten um Netto-Werte handelt, das habe ich euch auch schon in den vorherigen Videos erklärt. Und jetzt soll es zunächst einmal darum gehen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was eigentlich geringwertige Wirtschaftsgüter genau sind. Das erste, was ihr aber immer grundsätzlich beachten müsst, ist, dass es bei dem Thema Abschreibung ja um Anlagevermögensgegenstände geht. Beim Anlagevermögen handelt es sich ja grundsätzlich um Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Unternehmen langfristig zu dienen. Das heißt, diese werden langfristig genutzt und genauer gesagt beträgt die Nutzungsdauer dann mindestens ein Jahr. Und dann erkennt ihr nämlich schon, dass es bei der Abschreibung eben nicht um Verbrauchsgüter geht. Und wenn ihr euch jetzt die fünf Beispiele anschaut, dann erkennt ihr nämlich sofort, dass das Kopierpapier natürlich nicht abgeschrieben werden muss. Bei dem Kopierpapier handelt es hier um typisches Verbrauchsmaterial und hier findet natürlich keine planmäßige Abschreibung statt. Als nächstes haben wir ja festgestellt, dass eine Abschreibung bei Wirtschaftsgütern nur dann erfolgt, wenn sie zeitlich begrenzt nutzbar sind. Bei diesen Wirtschaftsgütern verringert sich ja im Laufe der Zeit ihr Wert und deswegen müssen wir ja den Wertverlust als Abschreibung erfassen. Das bedeutet dann umgekehrt, dass bei allen Vermögensgegenständen, die sich nicht im Laufe der Zeit wertmäßig abnutzen, keine Abschreibung erfolgt. Das ist dann zum Beispiel bei Grundstücken und bei Finanzanlagen, also zum Beispiel bei Wertpapieren nicht der Fall. Bei den verbleibenden vier Vermögensgegenständen, die ihr seht, ist jedoch die Abnutzung im Laufe der Zeit gegeben. Das nächste wichtige Kriterium, was man dann beachten muss, ist die Beweglichkeit des Wirtschaftsguts. Grundsätzlich sind nämlich alle Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens beweglich, wenn sie nicht mit einem Grundstück fest verbunden sind. Das wäre dann zum Beispiel bei Gegenständen der Fall, die fest in ein Gebäude eingebaut werden. Und auch das trifft ja hier auf die vier Beispiele nicht zu. Oder anders ausgedrückt, bei allen vier Vermögensgegenständen handelt es sich um bewegliche Gegenstände. Das letzte Kriterium, das man beachten muss und das hat es jetzt ein bisschen in sich, ist dann die selbstständige Nutzbarkeit. Das ist nämlich in der Praxis ein bisschen schwierig zu entscheiden, schauen wir uns zunächst einmal die Definition an. Ein Vermögenswert ist nämlich dann grundsätzlich selbstständig nutzbar, wenn dessen Nutzung unabhängig von anderen Wirtschaftsgütern erfolgen kann. Klingt ein bisschen kompliziert, es geht darum, dass ihr erkennt, dass hier Wirtschaftsgüter nicht Teil eines anderen Wirtschaftsgutes sind, indem sie zum Beispiel an- oder eingebaut werden. Und wie ich bereits sagte, das ist dann in der Praxis nicht so ganz einfach zu entscheiden. Deswegen geben wir mal die vier Vermögensgegenstände Schritt für Schritt durch. Der Kopierer ist in der Regel selbstständig nutzbar. Jetzt könnte es in der Praxis zum Beispiel so sein, dass man für den Kopierer ein Zusatzteil, zum Beispiel eine Sorte-Einheit oder ein spezielles Kabel kauft. Und bei der Sorte-Einheit und bei dem Kabel handelt es sich dann eben um Wirtschaftsgüter, die nur im Zusammenhang mit dem Kopierer genutzt werden können. Sie geben ja nur dann einen Sinn. Und dann müsst ihr eben darauf achten, dass diese Zukaufteile selbstständig nicht nutzbar sind. Der Kopierer an sich ist aber selbstständig nutzbar. Beim Drucker sieht das dann in der Praxis ein bisschen anders aus. Denn einen Drucker kann man ja logischerweise eigentlich nur verwenden, wenn man ihn zum Beispiel an einen Computer anschließt. Und deswegen ist die selbstständige Nutzbarkeit beim Drucker schon ein bisschen problematisch. Denn eigentlich müsste der Drucker als Vermögensgegenstand dann zum Beispiel dem Vermögensgegenstand Computer zugeordnet werden und mit diesem zusammen bewertet werden. Und darum geht es nämlich gleich. Doch bevor wir uns das genauer anschauen, gehen wir mal weiter. Auch bei dem Bürostuhl handelt es sich natürlich um einen selbstständig nutzbaren Vermögensgegenstand. Man nutzt ihn zwar, um damit an einem Schreibtisch zu sitzen, aber der Schreibtisch und der Bürostuhl haben eigentlich keine betriebswirtschaftlich gemeinsame Zweckbestimmung. Man kann sie einzeln nutzen. Und das Gleiche gilt dann logischerweise auch für den Locher. Ihr erkennt aus dieser Übersicht also, dass es sich bei dem Kopierpapier nicht um Anlagevermögen handelt, sondern um Verbrauchsmaterial. Das Kopierpapier muss also nicht abgeschrieben werden. Das werdet ihr gleich sehen. Wir erfassen es als normalen Aufwand, nämlich als Büromaterial. Beim Drucker haben wir in der Praxis das Problem, dass dieser gegebenenfalls nicht selbstständig nutzbar ist und deswegen nicht einzeln abgeschrieben werden darf. Und die übrigen drei Wirtschaftsgüter, also der Kopierer, der Bürostuhl und der Locher, diese Wirtschaftsgegenstände sind selbstständig nutzbar. Wenn ihr nämlich diese Zusammenhänge jetzt verstanden habt, könnt ihr das jetzt nutzen, um später Buchungssätze eindeutig bilden zu können. Aber die Buchungssätze schauen wir uns ja in einem speziellen Video an. In diesem Video geht es jetzt erstmal darum, dass ihr erkennt, dass man angeschafftes Verbrauchsmaterial, also zum Beispiel unser Kopierpapier, aber auch Tonerkartuschen für Drucker und Kopierer und natürlich das kurzfristig nutzbare Büromaterial, wie zum Beispiel Bleistifte, Kugelschreiber oder Tippex, aber auch Büroklammern, sofort als Büromaterial in der Finanzbuchhaltung erfasst. Und das bedeutet dann, wir buchen es auf einem Aufwandskonto, also dem Aufwandskonto Büromaterial. Und jetzt seht ihr, dass beim Verbrauchsmaterial logischerweise keine Abschreibung erfolgen muss. Bei allen anderen Vermögensgegenständen, die gehe und nicht verbraucht werden, handelt sich dann um Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Und bei diesen Anlagevermögensgegenständen spielen jetzt Wertgrenzen gemäß Einkommenssteuergesetz eine Rolle. Und hier treffen wir wieder auf unseren Begriff der Anschaffungskosten. Dazu gibt es ja ein eigenes Video in dieser Videoreihe. Ihr müsst wissen, was man unter diesen Anschaffungskosten versteht. Denn das Steuerrecht, wie gesagt das Einkommenssteuergesetz, sieht jetzt hier ein paar Besonderheiten vor, die nicht so ganz einfach zu lernen sind. Deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt mal Schritt für Schritt. Bei Vermögensgegenständen bis zu einem Anschaffungswert von 250 Euro sieht nämlich das Steuerrecht vor, dass man diese Vermögensgegenstände, Achtung, obwohl man sie langfristig nutzen kann. Es handelt sich also nicht um Verbrauchsmaterial. Also diese Vermögensgegenstände kann man dann auch direkt als Aufwand erfassen. Hier muss also keine Abschreibung erfolgen. Achtet genau auf die Formulierung. Bei Vermögensgegenständen mit Anschaffungskosten bis zu 250 Euro kann man also wählen, ob man diese als Anlagevermögensgegenstände erfasst und dann planmäßig abschreibt oder ob man sie direkt als Büromaterial erfasst und dann direkt als Aufwand bucht. Jetzt könnt ihr euch sicher vorstellen, was pragmatisch ist. Denn wenn man diese Vermögensgegenstände als Anlagevermögensgegenstände erfassen würde, müsste man in der Finanzbuchhaltung zum Beispiel für einen Locher und einen Aktenordner eine spezielle Anlagendatei erstellen. Und das habe ich euch ja in einem speziellen Video gezeigt, wie aufwendig das ist. Also werden die meisten Unternehmen natürlich darauf verzichten und wie gesagt das Wahlrecht nutzen und hier diese Gegenstände direkt als Aufwand erfassen. Also bis hierhin ist das ja eigentlich recht einfach. Ihr müsst euch also die Wert-Obergrenze 250 Euro merken und schon habt ihr es eigentlich verstanden. Denn, darauf weise ich euch jetzt mal hin, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Und das liegt genau daran, weil das Steuergesetz hier bis zu bestimmten Werthöhen spezielle Abschreibungsmöglichkeiten vorsieht. Hier geht es jetzt nämlich um die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter. Aber wie gesagt, das ist jetzt beim Lernen nicht so ganz einfach, denn hier sieht der Gesetzgeber zwei Modelle vor. Der Unterschied zwischen den Modellen, das könnt ihr euch mal grundsätzlich merken, ist die Höhe der Anschaffungskosten. Und auch hier gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt vor. Ich zeige euch mal das erste Modell. Bei diesem Modell können nämlich alle Wirtschaftsgüter, die teurer sind als 250 Euro und bei denen die Anschaffungskosten bis zu 800 Euro betragen, genau als solche geringwertigen Wirtschaftsgüter erfasst werden. Damit man nicht immer geringwertige Wirtschaftsgüter sagen muss, kürzen wir das Ganze ab und sagen jetzt immer GWG. Dann wisst ihr, das sind die geringwertigen Wirtschaftsgüter. Bei diesen geringwertigen Wirtschaftsgütern ist es nämlich jetzt so, dass diese beim Kauf auf einem speziellen Konto erfasst werden. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich nochmal genauer. Am Ende des Geschäftsjahres kann unser Unternehmen dann wählen, ob es die auf diesem Konto, also auf dem Konto für geringwertige Wirtschaftsgüter erfassten Gegenstände entweder voll abschreibt, also die gesamten GWG als Aufwand in der Finanzbuchhaltung erfasst, oder es kann alternativ dazu wählen, diese Vermögensgegenstände planmäßig abzuschreiben. Wenn sich das Unternehmen für die Vollabschreibung bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern entscheidet, entfallen für diese Gegenstände die Aufzeichnungspflichten, das heißt hier muss keine Anlagendatei erstellt werden. Und wenn ihr jetzt genau aufgepasst habt, dann erkennt ihr, dass man in der Finanzbuchhaltung bei diesen geringwertigen Wirtschaftsgütern dann genauso vorgehen kann wie beim Büromaterial, nur dass man hier einen kleinen Umweg wählt. Also achtet mal darauf, wenn das Unternehmen Gegenstände anschafft, deren Anschaffungskosten über 250 Euro, aber nicht mehr als 800 Euro betragen, kann man sie zwar nicht direkt beim Kauf abschreiben, man kann sie aber auf einem Konto GWG erfassen und dann am Ende des Geschäftsjahres die Vollabschreibung wählen. Alternativ dazu sieht das Steuerrecht aber auch vor, dass man GWGs eben genauso wie sonstige Anlagevermögensgegenstände behandeln kann. Das heißt also, alternativ zur Vollabschreibung kann man sie dann auch planmäßig abschreiben. Warum es dieses Wahlrecht jetzt gibt und welche steuerlichen Auswirkungen das hat, das zeige ich euch dann im nächsten Videoteil und da könnt ihr euer Wissen dann mal anwenden und dann wird es wirklich richtig spannend. Schauen wir uns in diesem Video aber nochmal das zweite steuerliche Modell an und wie gesagt, die aktuelle rechtliche Situation bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern ist wirklich nicht so ganz einfach. Denn auch beim zweiten Modell spielen jetzt wieder die Anschaffungskosten eine Rolle, nur sehen diese ein bisschen anders aus. Und zwar spricht man dann bei dieser zweiten Alternative von geringwertigen Wirtschaftsgütern, wenn Vermögensgegenstände teurer als 250 Euro, aber nicht mehr als 1000 Euro wert sind. Und jetzt erkennt ihr den Unterschied zum ersten Modell, hier kann man also deutlich mehr Wirtschaftsgüter abschreiben, weil ja die Wert-Obergrenze von 800 auf 1000 Euro ausgeweitet ist. Wer also diese zweite Alternative nutzen möchte, kann zwar mehr Wirtschaftsgüter als GWGs erfassen, muss dann aber in der Finanzbuchhaltung auch ein bisschen komplizierter vorgehen. Und zwar liegt das daran, dass der Gesetzgeber hier vorsieht, dass diese im Jahr der Anschaffung auf einem speziellen GWG-Sammelpostenkonto erfasst werden. Und das ist nicht nur ein schwieriges Wort, das ist auch ein bisschen schwierig durchzuführen. Also merkt euch einfach, wenn sich ein Unternehmen für dieses zweite Abschreibungsmodell bei den GWGs entscheidet, dann muss man die geringwertigen Wirtschaftsgüter auf einem speziellen Sammelkonto erfassen. Das könnt ihr euch in der Praxis also so vorstellen, dass Unternehmen für jedes Wirtschaftsjahr bzw. für jedes Geschäftsjahr ein spezielles GWG-Sammelpostenkonto einrichten und die GWGs darauf erfassen. Das hat dann zwar in der Praxis den Vorteil, dass diese GWGs eben nicht in einer speziellen Anlagendatei erfasst werden, sie müssen aber stattdessen eben in einem GWG-Sammelposten erfasst werden. Das bedeutet dann in der Praxis zwar nicht so viel Aufwand, aber es ist dann doch noch etwas komplizierter, als man denkt, denn jetzt müsst ihr beachten, welche Folgen sich für diesen GWG-Sammelposten in der Praxis ergeben. Und zwar ist es jetzt so, wenn sich das Unternehmen für diese alternative GWG-Erfassung entscheidet, muss es am Ende des Jahres die auf dem GWG-Sammelposten erfassten geringwertigen Wirtschaftsgüter über fünf Jahre linear abschreiben. Am Ende des Geschäftsjahres besteht zwar auch bei dieser Abschreibungsmethode die Möglichkeit, jedes erfasste geringwertige Wirtschaftsgut in einer Anlagendatei zu erfassen und normal planmäßig abzuschreiben, aber in der Regel nutzen Unternehmen dann die Poolabschreibung bei diesen geringwertigen Wirtschaftsgütern. Ja, und ich hatte es euch ja angedeutet, das Ganze ist ein bisschen kompliziert und sicher habt ihr noch nicht so richtig den Durchblick. Deswegen schauen wir uns das jetzt alles mal wieder anhand von Beispielen an, dann kann man das doch besser verstehen. In unserem Ausgangsbeispiel habt ihr ja gesehen, dass unser Unternehmen den Locher für 4 Euro kauft. In der Finanzbuchhaltung liegt uns als Buchungsbeleg also die Eingangsrechnung vor und aus der könnt ihr zum Beispiel entnehmen, dass das Unternehmen 25 Locher gekauft hat. So, jetzt habt ihr ja in diesem Video gelernt, dass es sich bei dem Locher ja eigentlich um einen Anlagevermögenswert handelt, denn der Locher wird ja im Unternehmen länger als ein Jahr genutzt. Normalerweise müsste man ihn also in einer Anlagendatei erfassen und dann planmäßig über die Nutzungsdauer für Betriebs- und Geschäftsausstattung abschreiben. Jetzt habt ihr aber in diesem Video gesehen, dass steuerrechtlich hier eine Besonderheit gilt, denn Vermögensgegenstände unter 250 Euro kann man ja direkt als Verbrauchsmaterial erfassen und das gilt dann hier auch für den Locher. Und das bedeutet dann in der Finanzbuchhaltung, wir erfassen die gekauften Locher als Büromaterial im Wert von 100 Euro, buchen dann die Vorsteuer in Höhe von 19% und das macht dann logischerweise 19 Euro und die Eingangsrechnung buchen wir dann als Verbindlichkeit in Höhe von 119 Euro. Und jetzt erkennt ihr die Besonderheit in diesem Fall, die Locher, die wir gekauft haben, erfassen wir in der Finanzbuchhaltung als Aufwand. Achtet darauf, es kommt nicht auf den Gesamtwert in der Rechnung an, das bedeutet in der Praxis spielen also nur die Anschaffungskosten pro Stück eine Rolle und die betragen ja beim Locher 4 Euro, sodass wir hier das Ganze als Aufwand erfassen. Als nächstes liegt uns dann in der Finanzbuchhaltung die Eingangsrechnung für den Kauf des Kopierers vor. Da der Kopierer mit Anschaffungskosten über 1000 Euro liegt, kann er nicht als geringwertiges Wirtschaftsgut erfasst werden. Das bedeutet dann, wir müssen für den Kopierer eine Anlagendatei erstellen und in der Finanzbuchhaltung buchen wir den Zugang auf dem aktiven Bestandskonto Betriebs- und Geschäftsausstattung. Und wie bei jeder Eingangsrechnung buchen wir natürlich die Vorsteuer und die Verbindlichkeiten. Und das ist natürlich alles sehr logisch, das habt ihr bestimmt auch verstanden. Was ihr jetzt aber beachten müsst, ist, dass wir den Kopierer als Anlagevermögensgegenstand erfasst haben und ihn dann planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abschreiben. Und wie das funktioniert, habe ich euch ja im Video zur linearen Abschreibung schon gezeigt. Bis hierhin dürftet ihr also keine Probleme haben. Aber jetzt kommt der Bürostuhl mit Anschaffungskosten in Höhe von 400 Euro. Ihr könnt euch das also wieder so vorstellen, in der Finanzbuchhaltung liegt euch eine Eingangsrechnung vor und aus der könnt ihr entnehmen, dass wir einen oder mehrere Bürostühle mit Anschaffungskosten in Höhe von 400 Euro pro Bürostuhl gekauft haben. Und jetzt habt ihr ja eben gesehen, dass das Steuerrecht eben hier zwei alternative Vorgehensweisen erlaubt. Da die Anschaffungskosten des Bürostuhls ja nicht über 800 Euro liegen, können wir uns für die erste GWG-Alternative entscheiden. Wenn uns also in der Finanzbuchhaltung die Eingangsrechnung vorliegt, buchen wir den Bürostuhl auf dem speziellen Konto geringwertige Vermögensgegenstände der BGA. Und jetzt habt ihr ja in diesem Video gesehen, am Ende des Geschäftsjahres kann das Unternehmen dann entweder eine Vollabschreibung dieser geringwertigen Wirtschaftsgüter vornehmen. Und das bedeutet dann, dass in der Finanzbuchhaltung folgender Buchungssatz anfällt. Abschreibung auf GWG an geringwertige Vermögensgegenstände der BGA und wir erhalten dann hier einen Wert von 400 Euro. Achtet darauf, wir schreiben den Bürostuhl ja voll ab und das bedeutet dann, dass der Abschreibungsaufwand, den wir buchen, den Anschaffungskosten in voller Höhe entspricht. Alternativ dazu könnte man sich bei dieser GWG-Abschreibung aber auch dazu entscheiden, den Bürostuhl über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Das heißt also, man bucht den Vermögensgegenstand aus dem GWG-Konto um in das Anlagenkonto BGA und schreibt dann die Betriebs- und Geschäftsausstattung normal ab. In diesem Fall würde sich dann eine planmäßige Abschreibung über die Nutzungsdauer von 13 Jahren ergeben und diese beträgt dann pro Jahr 30,77 Euro. Und jetzt erkennt ihr schon den Unterschied bei den beiden Vorgehensweisen. Bei der Vollabschreibung kann man also im Jahr der Anschaffung den Bürostuhl in voller Höhe abschreiben als geringwertiges Wirtschaftsgut und es entsteht ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 400 Euro oder alternativ dazu kann man ihn über die normale betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 13 Jahren abschreiben, dann haben wir pro Jahr einen Abschreibungsaufwand von 30,77 Euro. Da die Anschaffungskosten des Bürostuhls aber auch nicht höher als 1000 Euro sind, kann sich das Unternehmen dann auch noch für die GWG-Pool-Abschreibung entscheiden. Jetzt müsst ihr darauf achten, dass das Unternehmen hier aber konsequent vorgehen muss bei allen Wirtschaftsgütern. Das bedeutet dann nämlich in der Praxis, dass das Unternehmen nicht bei jedem gekauften Wirtschaftsgut individuell entscheiden kann, ob es sich für die Alternative A oder die Alternative B entscheidet. Oder anders ausgedrückt, zu Beginn des Geschäftsjahres muss das Unternehmen sich entscheiden, ob es die Alternative A bei allen GWGs nutzt oder die Alternative B. Und wie gesagt, da die Anschaffungskosten des Bürostuhls ja nicht über 1000 Euro liegen, käme also auch die Alternative B in Betracht. Wenn in der Finanzbuchhaltung also die Eingangsrechnung für den Bürostuhl vorliegt, bucht man ihn zunächst auf das Konto geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung und dann bucht man ihn einfach um in den Sammelposten für dieses Wirtschaftsjahr. Der Buchungssatz lautet dann zum Beispiel Sammelposten für das Jahr 1 an geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Und jetzt müsst ihr eben darauf achten, wenn sich das Unternehmen für diese GWG-Pool-Erfassung entscheidet, dann muss es die Wirtschaftsgüter, die es in diesem Jahr als GWG erfasst hat, linear über 5 Jahre abschreiben. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob das Unternehmen das Wirtschaftsgut tatsächlich 5 Jahre nutzt. In der Praxis könnte es dann also kurioserweise sein, dass ein geringwertiges Wirtschaftsgut planmäßig abgeschrieben wird, obwohl es sich gar nicht mehr im Unternehmen befindet. Das liegt aber an der Besonderheit der Alternative B bei der Poolabschreibung. Am Ende des Geschäftsjahres wird das Unternehmen dann buchen, Abschreibung auf Sammelposten des ersten Jahres an Sammelposten für das erste Jahr und es ergibt sich dann für den Bürostuhl eine Abschreibung in Höhe von 80 Euro pro Jahr. Diesen Abschreibungsbetrag erhaltet ihr, indem ihr die Anschaffungskosten von 400 Euro durch die 5 Jahre teilt. Logischerweise ergibt sich dann ein Abschreibungsbetrag von 80 Euro pro Jahr. Und wenn ihr euch jetzt mal hier diese Übersicht anschaut, dann könnt ihr sehr gut erkennen, welche Unterschiede sich bei den einzelnen Abschreibungsalternativen ergeben. Also nochmal, wenn das Unternehmen sich für die GWG-Abschreibung entscheidet, dann hat es die Möglichkeit, den Bürostuhl im Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben und es ergibt sich ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 400 Euro. Entscheidet sich das Unternehmen dann alternativ zur Regelabschreibung, ergibt sich ein Abschreibungsaufwand für den Bürostuhl in Höhe von 30,77 Euro. Und wenn sich das Unternehmen für die Alternative B, also die Poolabschreibung entscheidet, dann ergibt sich eben ein Abschreibungsbetrag in Höhe von 80 Euro pro Jahr. Und sicher habt ihr jetzt die Unterschiede erkannt, aber vielleicht fragt ihr euch, wozu braucht man das eigentlich in der Praxis? Und das hatte ich euch ja auch schon angedeutet, denn eigentlich ist das Thema GWG ja sehr spannend. Und da fragt ihr euch natürlich jetzt die ganze Zeit, wo soll das denn spannend sein? Jetzt muss ich euch leider auf den nächsten Videoteil vertrösten, da zeige ich euch nämlich mal, welche steuerrechtlichen Folgen das Ganze hat. Denn letzten Endes geht es ja immer darum, dass das Unternehmen Steuern einsparen möchte. Wie gesagt, das ist jetzt der Cliffhanger. Wenn ihr Näheres dazu wissen wollt, dann schaut euch den nächsten Videoteil an. Aber trotzdem, weil das Thema GWG natürlich auch immer Bestandteil von Prüfungen und Klassenarbeiten ist, könnt ihr bei mir unter der bekannten Adresse Übungs- und Arbeitsmaterial anfordern. Das kennt ihr ja schon, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt. Apropos, wer es noch nicht gemacht hat, ich würde mich natürlich über jedes Abo freuen. Das ist ja bei YouTube kostenlos und verpflichtet euch zu nichts. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und dass ihr auch dieses etwas kompliziertere Video wieder bis zum Ende durchgehalten habt. Wir sehen uns im nächsten Videoteil. Ich freue mich. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.